Ein herzliches Hallo von mir an euch! Als aufmerksame Zuschauer habt ihr gesehen, dass es kürzlich mal ein etwas anderes Video gab, nämlich eins von Home Sweet Home Survive. Heute gibt es nochmal so ein Video, allerdings diesmal aus der Killer-Perspektive. Letztens haben wir uns die Survivorsicht angeschaut. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und lasst mir gerne mal eine Info da, ob ihr das Spiel öfter mal sehen möchtet auf meinem Kanal oder ob euch das eher nicht so zusagt. Ich richte mich da voll nach euch. Viel Spaß mit dem Video und bis bald! Wir haben halt kein Tutorial gespielt als Killer. Ups. Wir hätten vielleicht ein Tutorial spielen sollen. Was war das für ein Geräusch? Bleib stehen! Ist hier durchgegangen. Die läuft schon so richtig wütend. Hier war jemand im Schrank, oder? Das ist gemein! Der ist schon besser als ich. Der kann das! Hä? Oh, ich bin in eine Falle gelaufen. Was ist er? Oh! Oh, wie gemein! Ich krieg' ja gar niemanden! Nein! Bleib doch stehen! Ja, ich hab sie wenigstens getroffen! Ja, toll! Ich hab' bei Leck' bei euch Lecks übelst. Ich weiß gar nicht mehr rum. Der macht nicht alle, bevor irgendein Ritual fertig ist! Jetzt hat er kein Messer mehr. Ich hab' bei Leck' 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 bei Leck'. Es geht's doch nicht! Mann! Jetzt ist der Tut durchgegangen! Also merkt euch, wenn ihr... Wenn ihr irgendwie kämpfen müsst, nehmt kein Cuttermesser. Jetzt bin ich hier schon wieder durch die Falle gelatscht. Das ist wieder diese kacken Falle, ey. Ich treff einfach nicht! Mensch! 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 Oh Mann, oh! Das ist gemein! Das ist ne kacken Falle! Wie kriegen die das denn hin, so schnell die Fallen da aufzubauen? Mann! Und ich treffe wieder dich! Ey, das ist auch gemein! Ich sterbe gleich! Wir haben schon zwei fertig Destroy! Also hier... Weiß schon! Das haut der von hinten gleich auf mich drauf! Was? Ja! 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 Übertreib halt! Wie finden die denn so viele Items? Die können doch immer nur eins tragen! Ich latsche hier wieder in die Falle, ey. Ich nutze halt auch meine Fähigkeit überhaupt nicht. Ich kann mich doch zu denen hin teleportieren, ich düdel. Ich habe eine Runde als Killer gespielt. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass ich ja noch diese Fähigkeiten habe. So was ich Sie,jets? Wo ist das? Geh356. Fäh Bubής com nacht.